Hallo Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Mit dabei ist eBeamsPanda. Wir spielen jetzt den neuen Spielmodus. Das ist Flag Wars. Der ist heute rausgekommen und ist nur in der Beta-Phase. Ich erkläre euch kurz den Spielmodus. Hier kann man Kits anfangen. Im Starter-Kit hat man immer eine Lederbrustplatte, eine Schere und 64 Wolle plus 16 Steak. Ich wurde gekickt. Ich wurde gekickt. Achso, das war eine 8x Einzelrunde. Ja, Twilight. Auf jeden Fall, man muss halt in Teams. In der Mitte sind 4 Beacons. Dort können Flaggen spawnen. Diese Flaggen muss man sich nehmen und in die Base tragen. Man muss auf jeden Fall 3 Flaggen bekommen, damit man das Game gewinnt. Das wird doch mal ausreden. Wenn man an der Base ist, legt man die da ab. Und wenn man dann 3 Flaggen hat, gewinnt man das Game. Außerdem ist halt so ein bisschen aufgebaut wie Bad Wars und mit den Sky Wars Kids erfrüchte so ein bisschen noch das Spiel. Ja, wir haben davor schon eine Runde gezockt. Nein, echt? Ja, man muss ja wenigstens eine Runde zocken zum Verständnis. Kannst auch nicht Minecraft anfangen und sagen, Ja, ich hab Bad Wars verstanden. Boah, du fängst mal an wie so, ey, ich kann programmieren. Lass mich Developer werden. Hm? Klar. Boah, ich brauch auch noch ein bisschen, damit ich das kapiere. Go. Okay, ich wache schon mal bitte. Mach du, mach du Waffen. Mach mal zwei Schwerder bitte. Ach, 49 Sekunden. Ach cool, wir sind sogar Tingle. Also Leute, ich empfehle euch immer direkt am Anfang so einen Weg zu allen zu bauen. Weil wir, wo nämlich gerade die Runde direkt gezähnt wird. Das juckt doch keinen. Die können, die können nichts in der Base kaputt machen. Ich meine jetzt hier direkt den Weg zu bauen in der Mitte. Das, das, das fackt aber ab. Komm, wir zum, bringen wir uns schwerer in die Mitte. Oh, wirklich? Ja. Der Dex hat aber zehn gedroppt. Gerne eins. Okay, ich droppe eins. Schnell, danke dir. Komm, geh zurück in die Base. Ich kümmere mich drum. Okay. Wo? Hoffentlich hier bei mir. Da, okay. Direkt bei uns an der Base. Boah, die Flagge macht, dass man Hunger verliert. Und man kann halt nicht mal was essen. Ja, Team Gelfer hat die Flagge eingenommen. Gigi, Leute. Gut. Haben wir letzteren. Okay, Panna, komm mit. Ich komme. Jo, was hat der denn? Hat der irgendwas an? Ja. Siehst du das? Die hacken. Die beiden haben Haut an. Die haben Selfers an. Ja, Alter, guck mal. Ich komme eingesprungen. Die hätten mich einfach in der Luft direkt. Ja, natürlich gehen alle jetzt zu uns. Die denken, die können die Flagge snacken. Was sind das denn für Kinder? Oh, komm. Ich ergruppe mich mal schon mal für die nächste Runde. Die jetzt können wir eh nicht mehr kriegen. Die Flagge wurde fallen gelassen. Hier, ich habe Schuhe für dich. Ich muss nur Gold spawnen. Ach, da habt ihr nicht hier. Fünf Gold. Achtung, Team Lieder ist bei uns. Ey. Nein! Ich hatte fünf Gold. Oh, da ist schon wieder einer. Ey, das ist doch nicht wahr. Wieso tageten wir mal uns? Auch letzte Runde schon wieder. Ich glaube, die verstehen Spielmodus nicht. Das ist nicht darum geht. Die denken bestimmt, wir spielen Bettman. Junge, ich mache mir gleich Spaß. Alter! Kitt. Hä? Ist sehr blöd. Der denkt, er kann ihn abbauen. Was ist das denn für ein Blödi an? Hä? Ist er komplett behindert? Mach mal ein Schwert, bitte. Schicks. Ich glaube, der hat das Spiel nicht gerafft. Ich glaube, der hat das Spiel nicht gerafft. Ich glaube, der hat das Spiel nicht gerafft. Ich glaube, der hat das Spiel nicht trainiert. Ich darf sagen, dass ich das Spiel nicht hätte. Du kannst keine Track, ich kann nicht mehr nutzen. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich bin nicht mehr möglich. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich kann keine Karriere rateln. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich bin nicht mehr, ich weiß nicht, ich bin hier nicht mehr. Und ich brauche mal einen Topf zu kaufen. wo bist du bei der flagge hol sie ich sage mich panda ich bin tot ich bin tot jetzt spam die weg alter ja hier ein fall kostet einen eilen kommt 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 kommen ablässern und gut gemacht man da ich bin stolz auf dich knappes ding was noch ein bogen ja ich geb dir mal ein bisschen eisen okay das doch mal von den anderen ein bisschen eisen snacken lassen die andere best erst mal passieren kann man obwohl ich ja kein bett was okay flaggesperte und ich habe schon gemerkt dass sie ein bisschen was anhaben flagge wurde fallen gelassen team grün hat die flagge aufgehoben flagge wurde fallen gelassen pink hat sie kommen wir noch ein bisschen mitmischen flagge wurde fallen gelassen team turkis und blau hat sie und blau springt runter flagge wurde fallen gelassen ich snack sie aber da kommt wieder ein andere blaue der hexe an hat das ist bestimmt ein alter kann deswegen auch der alex bin hacken report go from und dann passt das was sind das für ein kind alter so bitter wow team blau hat jetzt auch zwei flaggen wie wir ja moin alter das ding ist ja der heck der hat der hat der hat die beiden haben halt einfach ein 67er ping einer hatte kraft oder nicht geht es hat einen 102er ping ich komme die flagge ist gespawnt der muss einfach ich suche zeit ist ja geil wir haben wir haben gewonnen wir haben gewonnen warte kurz ich mache noch kurz meine abmoderation ok leute das war es von meiner folge ist ein like mal schau bei sowohl wenn ihr noch wachkurs wenn ihr noch verbesserungsvorschläge habt dann schreibt es mir in die kommentare und dann auch tschau bis zum nächsten mal